Will man dieses Wissen dann echt für ein paar Euro im Monat an andere verkaufen? Für dieses Experiment haben wir jetzt insgesamt vier YouTuber ausgewählt. Helen Grauer, sie hätten es eigentlich nur noch weisschreiben können, dann hat man es wirklich gar nicht mehr gesehen. Was kann ich nebenbei noch machen, um weiterhin Geld zu verdienen, wenn YouTube nicht mehr da ist? I know how to make money. We teach people how to make money. You see right now, I have 400 Dollar in Profit, 65% in Profit. Aber für dich zum Kaufen ist das natürlich hier ein optimaler Einschickspunkt. Und seit dem Tag hat sich mein Leben verändert. Klingt so ein bisschen nach, komm in die Gruppe, oder? Und tatsächlich ist es auch genau das. Diese Methode Geld zu verdienen, die hier als so profitabel, lukrativ und anfängerfreundlich beschrieben wird, die basiert darauf, dass du Trading-Signale aus einer Telegram-Gruppe oder einem Discord-Channel nimmst und einfach eins zu eins so nachtradest. Ob das am Ende wirklich Renditen sind von 1000% oder sogar noch mehr, man die finanzielle Freiheit damit erreicht oder vielleicht doch den Totalschaden, wirst du in diesem Video erfahren. Denn wir haben in den letzten Wochen von YouTubern Krypto-Trading-Signale getestet. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir haben ein paar Dinge gesehen, die so bei der Bewerbung tatsächlich eher verheimlicht werden. Also nochmal zum Verständnis. Wenn man jetzt von Krypto-Trading spricht, dann meint man damit das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen. Man meint damit das Handeln von einer bestimmten Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin. Und natürlich auch das Wechseln von Fiat-Währungen in Kryptowährungen. Und damit hat Krypto-Trading natürlich auch Ähnlichkeit mit dem Devisenhandel, also mit Forex, weil die Märkte sind jederzeit offen, funktioniert auf der kompletten Welt. Aber das Ganze ist natürlich auch sehr volatil. Und da Bitcoin-Handel immer noch relativ unreguliert ist, ist auch Manipulation möglich. Und deshalb warnt beispielsweise auch die Verbraucherzentrale Hamburg, dass das Ganze eben nicht anfängerfreundlich ist. Und das hat mich auch gewundert, wenn ich ehrlich sagen musste, diese Methode Geld zu verdienen, die sehe ich eher auf so einem fortgeschrittenen Level. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, ob beispielsweise jetzt diese YouTuber, wie ein Slavik, Leon und so weiter, auch eine Ausbildung damit drin haben, die erstmal allen wirklich erklären, was das überhaupt ist, wie das wirklich funktioniert, oder ob das am Ende wirklich nur diese Signale sind. Und die haben halt tatsächlich hier auch noch einen zweiten Punkt angesprochen, und der ist auch immer so in meinem Kopf. Und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht, weil wenn man jetzt schon wirklich dieses Wissen hat, und man sieht diese Charts, man kann die super gut lesen, will man dieses Wissen dann echt für ein paar Euro im Monat an andere verkaufen, oder will man das nicht lieber selber benutzen, um, sage ich mal, sein Vermögen zu vermehren? Weil ich finde, in dem Moment, wo du die Signale verkaufst, kriegt das immer so einen Touch von, hm, wird am Ende mehr Geld mit Signalen verdient, die verkauft werden, anstatt mit Signalen, die wirklich benutzt werden, um sein eigenes Geld damit zu heben. So oder so würde ich sagen, wir gehen rüber zum Streaming-Setup, und gucken uns das mal an. Für dieses Experiment haben wir jetzt insgesamt vier YouTuber ausgewählt, wo wir die Signale mal testen wollen, und die habt teilweise ihr uns in die Kommentare geschrieben, im Community-Tab, oder auch tatsächlich mir bei Instagram. Der erste ist Crypto Deutschland, und dahinter verbirgt sich der Max Steinauer, ist 21 Jahre alt, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, über 30.000 Abonnenten, und wirklich nur im Bereich Crypto, Bitcoin, Trading, und so weiter. Auf seinem Instagram-Profil sagt er selber, dass er durch Trading finanziell frei geworden ist, und das mit 21, Chapeau, wenn das wirklich stimmt, und deshalb wirklich auch das Kernthema seiner Brand. Seine Signale kosten 99,95 im Monat. Der zweite im Bunde ist der liebe Slavik, den die meisten von euch wahrscheinlich unter Slavik-Junge kennen. Er hat 857.000 Abonnenten auf seinem Main-Channel, aber der ist halt im Bereich Comedy. Jetzt hat er für neun Monaten einen eigenen Krypto-Kanal gegründet, nämlich Slavik-Krypto, und dort macht er wirklich fast täglich Updates, vor allen Dingen zum Bitcoin, also wie der Kurs gerade hoch geht, runter geht, wie er sich verhält und so weiter. Und seine Signale sind tatsächlich kostenlos. Das heißt, man hat einfach unter den Videos wirklich einen Link zu einer Telegram-Gruppe, und es wird auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich, wie er damit eigentlich Geld verdient. Dazu aber später noch ein bisschen mehr. Der dritte ist Andrew Tate, und da haben wir ja ein komplettes Video schon drüber gemacht, haben so ein bisschen sein Business-Coaching gezeigt, zumindest das Einsteiger-Ding, nämlich die Hustler, die Diversity 2.0. Die kostet 49,99, wir sind da also schon drin, und da sind ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle erklärt. Eines davon ist eben dieses im Bereich Krypto-Trading-Signale, und die haben wir mit in dieses Experiment reingenommen, haben sich viele von euch auch gewünscht. Das heißt, man zahlt diese 50 Euro jetzt nicht nur für Signale, sondern bekommt auch viele, viele weitere Kurse. Das ist wirklich nur ein Bruchteil davon, deshalb kann man nicht genau sagen, wie teuer das ist. Er selber, Ex-Kickbox-Weltmeister, jetzt Multi-Unternehmer, hat also sicherlich innerhalb seiner Brand-Krypto auch irgendwo mit im Portfolio. Und der Letzte im Bunde ist der Leon TV. Er selber ist bekannt durch, ja, Straßenumfragen, vor allen Dingen im Bereich, wie viel ist dein Outfit wert? Na, da hat er mich Leute gefragt, wie viel haben die bezahlt für das Shirt und so weiter. Ich glaube, er selber großer Fan von Gucci-Gürteln, das weiß ich noch. Mittlerweile macht er auch Krypto, und das sagt er auch in einem seiner letzten Videos auf dem Main-Kanal. Nämlich, wo er sich eine Rolex kauft und meint, ey, über YouTube kaum noch Einnahmen, ja, so könnte ich mein Leben sozusagen nicht finanzieren. Deshalb vor ein paar Monaten mit Krypto angefangen. Er schaltet seitdem auch fleißig Werbung bei Instagram, und so sind wir tatsächlich auch auf diese Seite gekommen, wo er seine eigenen Signale verkauft. Und ich würde sagen, wir gehen da mal rein, und die zeige ich euch jetzt mal. CryptoLeonInvest.com, das hier ist jetzt hier die Landingpage. Bitcoin war vor wenigen Jahren noch wenige Euros wert. Lass uns den neuen Bitcoin gemeinsam analysieren und Trends erkennen. Egal, ob du blutiger Anfänger bist oder schon Ergebnisse hast, ja, hier gibt es wirklich alles. Du kriegst eine Telegram-Gruppe, umfangreiches Wissen, du lernst, warum dir niemand sagt, wie du wirklich, da fehlt ein Komma, mit Kryptos Geld verdienst, und wieso andere an deiner Unwissenheit gleich doppelt verdienen, da bin ich mal sehr gespannt, und im Endeffekt auch, wie du als Laie von der Marktsituation profitieren kannst. Das Ganze kann man 14 Tage kostenlos testen, immer auf den neuesten Stand. Alle vergangenen Investments, die werden wir uns natürlich auch angucken. Einsichten, Einschätzungen erfahrener Experten, die wirklich langjährige Erfahrung haben, und, das finde ich natürlich am besten, 1000% Rendite. Wenn man jetzt hier draufklickt, dann sieht man schon, 0 Euro, 0 Euro, 0 Euro. Ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, ist es auch, denn in diesem hellen Grau, also sie hätten es eigentlich nur noch weiß schreiben können, dann hat man es wirklich gar nicht mehr gesehen, sieht man nämlich, dass tatsächlich die 97 Euro gechargt werden, nämlich nach 14 Tagen, und dann das Ganze auch ein Monatsprodukt ist. So, ich würde sagen, das holen wir uns jetzt mal mit 1, 2 Klicks. Unter den Videos von Slavik kommt man hier, wie gesagt, direkt in die Telegram-Gruppe, da muss man gar nichts mehr machen. Genauso ist es auch bei Crypto Deutschland. Einfach unter dem Video den Link anklicken, dann waren wir in der Gruppe drinne, und dann kann man hier einfach mit PayPal sozusagen die Signale kaufen. Und bei Andrew Tate, ich habe es ja gerade schon angesprochen, sind wir schon eingeloggt, da die Signale hier ja wirklich im Discord sind. So Leute, jetzt haben wir uns alle Signale geholt. Ich würde sagen, für heute ist Schicht im Schacht, morgen geht es los. Ich bin sehr gespannt, was für Geheimnisse wir erfahren, welche Ausbildung wir bekommen, und ob wir am Ende mit diesen Signalen dann wirklich Profit machen, oder unsere Kohle eher verlieren. So Leute, ich sitze jetzt hier seit ein paar Stunden, habe mich überall reingefuchst, und eine Sache erstmal vorweg, und zwar, wir sind jetzt ja überall drin, aber man weiß tatsächlich gar nicht, wie viele von diesen Signalen kommen. Das heißt, jetzt ist zwar alles gesettet, aber ich habe gar keine Ahnung, ist das jetzt ein Signal, drei Signale am Tag, keine Ahnung, kommen die vielleicht nur alle zwei Tage. Macht natürlich irgendwo auch Sinn, weil diese Experten, oder die Leute vielleicht auch selber, nicht immer einen guten Spot haben, oder nicht jeden Tag, aber das bedeutet auf jeden Fall, man muss alle Notification on haben, und muss halt wirklich auch immer auf sein Handy gucken. Kommen wir also mal zu Slavik seiner Gruppe. Bei ihm ist das ja so, er hat wie gesagt einen YouTube-Kanal, da macht er so Chart-Analysen, das ist sozusagen die Education, oder das Wissen, was man bekommt, aber man merkt schon recht schnell, er setzt voraus, dass man Ahnung von Trading hat. Also das ist jetzt so jetzt nichts für Anfänger, was man da jetzt wirklich lernen kann sozusagen, das ist wirklich für Leute, würde ich sagen, die schon im Game sind. In seiner Telegram-Gruppe sind tatsächlich 2937 Menschen, zum aktuellen Zeitpunkt, und wie gesagt, auch das, was er da drin teilt oder so, das muss man wirklich erstmal verstehen. Ja, bei Andrew Tate ist das Ganze ja ein Discord-Channel, und da muss man am Anfang erstmal ein Quiz sozusagen durchlaufen, das haben wir auch in dem anderen Video schon mal gehabt, das heißt, der zeigt eigentlich sofort die Signale, sondern sagt, okay, du musst schon eine gewisse Ahnung haben, was Krypto ist, was Trading ist, das finde ich auf jeden Fall gut, wir sind durch dieses Quiz durchgekommen, sind dementsprechend auch im Discord-Channel, und jetzt passt auf, da sind 27.772 Menschen. Es gibt Videoerklärungen, es gibt Linklisten mit Tools und so weiter, ich würde schon sagen, als Anfänger bekommt man ein gutes Basiswissen, und versteht auch, wie Trading überhaupt funktioniert. Ja, dann zu Krypto Deutschland, er hat wie gesagt einen YouTube-Kanal, viele Videos, viel Wissen auf jeden Fall, und er hat wirklich auch die umfangreichste Telegram-Gruppe, in dieser sind momentan 347 Menschen, das heißt übrigens, durch die Signale macht er 34.682 Euro im Monat, und da sind aber nicht nur die Signals drin, sondern dazu auch Erklärungen, man hat oben im Sticky Post wirklich so Risikomanagement, ich habe gerade ein Video zum Thema Strategie, HODL-Portfolio und so weiter, also man wird wirklich an dieses Thema rangeführt, man kann zusätzlich auch die YouTube-Videos gucken, und ich würde schon sagen, dann hat man ein gutes Basiswissen, sage ich mal, um wirklich auch Trade zu setzen. Und last but not least zum lieben Leon, hier in der Telegram-Gruppe, ich habe gerade noch ein, zwei aktualisiert, sind nur 30 Menschen, das heißt, er macht mit seinen Trading-Signalen 2.910 Euro im Monat, und ich frage mich halt, lohnt sich das überhaupt, also was zahlt er sozusagen den Experten, weil auf der Website steht ja, er selber macht die Signale nicht, sondern Leute, die das seit Jahren machen, und ansonsten bekommt man bei ihm aber auch nur ein Video, was so FTX erklärt, was Trading erklärt, also wie man sozusagen seine Signale dann auch wirklich benutzt, aber jetzt keine Trader-Ausbildung oder irgendwie sowas. Okay, so viel dazu. Dann haben wir allerdings nochmal ein bisschen genauer hingeschaut, okay, wie viel dienen diese Leute denn zusätzlich Geld? Und ein sehr, sehr großer Punkt ist Affiliate-Commission. Das heißt, diese Plattformen, die haben natürlich immer Affiliate-Programme, die tatsächlich im Bereich Trading sehr lukrativ sind. Beispielsweise bei Leon habe ich mich hier angemeldet, und ich selber spare 10% Gebühren über seinen FTX-Link. Ich habe mal nachgeschaut, und er verdient tatsächlich 25 bis 40% an meinen Fees, die ich sozusagen über FTX habe. Das heißt, manche haben beispielsweise auch so ein Stufenmodell noch, wo du dann in der zweiten, dritten Generation verdienst, aber alleine das ist auf jeden Fall schon mal gut extra money. Zur FTX muss man auch sagen, dass die tatsächlich reguliert sind. Das heißt, die haben eine Europa-Lizenz, also man kann das, glaube ich, schon guten Gewissens benutzen, und man kann dort tatsächlich, und jetzt kommt es, aber nur mit einem 1,88er Hebel traden. Ja, ganz kurz zum Thema Hebel traden. Das bedeutet im Endeffekt, dass du deinen eigenen Einsatz durch Fremdkapital sozusagen erhöhst. Damit sind natürlich dementsprechend auch höhere Gewinne möglich, aber auch höhere Verluste. So, Krypto Deutschland zum Beispiel hat in seiner Gruppe gesagt, ey, wenn du Anfänger bist, benutze auf keinen Fall Hebel. Fand ich aber spannend, weil Leon in seinen Trades einen 5er bis 10er Hebel angibt teilweise. Er selber in seinem Erklärvideo bei FTX aber nur 32 Dollar auf dem Konto hat, und jetzt kommt es. Wenn du den Hebel sozusagen höher haben willst als 1,88, also zum Beispiel auf 5 oder 10, dann musst du insgesamt liquide Mittel von 500.000 Euro nachweisen. Also entweder tradet er mit den Signalen selber nicht, I don't know, oder das mit YouTube lief gar nicht so schlecht, wie er in diesem Promo-Video für seinen Krypto-Channel sagt. Ja, FTX als Trading-Plattform wird außerdem von Andrew Tate benutzt, und bei den anderen beiden sieht es ein bisschen anders aus. Also Krypto Deutschland benutzt wirklich alles. Also der hat BitGet, Binance, FTX, also das ist relativ neutral, dementsprechend unter seinen Videos auch für verschiedene Plattformen die Affilinks. Und bei Slavic ist es tatsächlich so, dass der Bybit und Femix benutzt. Und da habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und bin auf zwei Sachen gestoßen. Einmal gibt es nämlich einen Artikel von der BaFin, der gar nicht so gut aussieht. Da heißt es nämlich, die BaFin ermittelt wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, die vor allen Dingen über Krypto-Influencer promotet wurden. Ich glaube, Slavic ist mittlerweile auch in Dubai ansässig, dürfte also kein Problem mehr sein. Aber dazu hat auch der Hoss nochmal ein Video gemacht, und das habe ich mir tatsächlich auch zweimal angeguckt und ihn auch mal selber kontaktiert, weil in diesem Video hat er schon sehr, sehr harte Kritik an beispielsweise diese Plattform Bybit. Es ist nämlich so, dass die Leute, die das bewerben, zwar eine unglaublich krasse Affiliate-Provision kriegen und man auch an den Fees und so weiter mitverdient, und wahrscheinlich auch noch an ein, zwei Sachen, um die ich jetzt hier gar nicht mutmaßen möchte. Aber dafür haben die, wie gesagt, hier keine Lizenz. Und die sind auf den britischen Jungferninseln, die BaFin ermittelt. Die hatten mehrere Skandale wegen Insiderhandel, und die sind ein sogenannter B-Buch-Broker. Das habe ich mir vom Hoss nochmal erklären lassen. Das heißt im Endeffekt, dass der Broker selber immer von seinen Kunden sozusagen die Gegenposition einnimmt. Also unterm Strich verdient Bybit Geld, wenn Leute auf Bybit Geld verlieren. Das ist uns ehrlich gesagt alles so ein bisschen zu heiß. Es gibt außerdem sehr viele Artikel darüber, und er beschreibt das auch in seinem Video. Ich werde es einfach mal unten drunter verlinken, dass dort auch 25 bis 100 Mal mehr Accounts liquidiert werden. Das heißt, die sind dann einfach weg. Und wenn natürlich das Unternehmen irgendwie britische Jungferninseln, hast du auch keine Chance, da wirklich nochmal ranzukommen. Deshalb werden wir auf jeden Fall das Ganze bei FTX machen. Wir werden auch keine Hebel benutzen, weil wie gesagt, das ist überhaupt nicht einsteigerfreundlich. Und wir werden einfach pro Trade 10 Euro nehmen. Also einfach 10 Euro auf jeden Trade, keine Hebel bei FTX. Was das Bybit Ding angeht, I don't know, müsst ihr selber mal ein bisschen recherchieren. So, die ersten Trades sind tatsächlich durch. Und bevor ich euch die Ergebnisse zeige, nochmal ganz kurz bezüglich der Börsen. Und zwar, ich habe mal nachgeguckt, ich habe selber von BitGate eine E-Mail bekommen. Und zwar am 7.6. Da haben die mir geschrieben, dass die mir 20.000 US-Dollar und 40% Provision anbieten. Die haben gar nicht genau geschrieben, wofür. Die wollen einfach irgendwie mit mir zusammenarbeiten. Ich bin einer der Top-Krypto-Influencer Deutschlands. Das wusste ich auch noch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, kann man sich vorstellen, wenn bei unserem Kanal, ja, wo Krypto irgendwie jedes 10. Video ist oder so, schon sowas kommt, was dann wirklich Krypto-Influencer damit verdienen kann. Ja, jetzt zu den Trades. Und zwar ist es tatsächlich so, bei allen ist wirklich der allererste durch. Und ich muss sagen, gerade bei Slavik war das gar nicht so easy, sich da reinzufuchsen. Hier erkläre ich auch warum. Krypto Deutschland, relativ simpel, am 17.6. ging tatsächlich nicht auf. Bei Leon ging der erste Trade auf. Bei Andrew Tate ging er nicht auf. Und bei Slavik haben wir echt lange gebraucht, um das alles zu checken, weil er das so ein bisschen komplizierter anzeigt. Er macht auch immer wieder Videos und Updates dazu und so weiter. Aber am Ende dieses Tages ging sein Trade auch auf. Und deshalb mal kurz zur Erklärung. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir blenden euch jetzt hier von Leon den einfach mal ein. Oben steht bei diesen Signalen immer, ob wir am Ende verkaufen oder verkaufen. Das heißt Long und Short sozusagen. Und du siehst auch immer, was gekauft wird. Also OP ist zum Beispiel Optimism, habe ich jetzt im Hintergrund auch mal auf. Das ist ein Coin. Dann direkt die Zeile drunter, ist aktueller Marktwert oder Limit. Das heißt, entweder wird jetzt gekauft zum aktuellen Marktwert oder es wird ein Limit gesetzt. So nach dem Motto, okay, wenn der Coin auf dem und dem Wert ist, dann schlagen wir zu und kaufen sozusagen. Da drunter steht dann der Max Hebel. Wie gesagt, bei ihm oft 5, 10. Wir nehmen ja einfach wirklich 0. Also, wie viel Fremdkapital sozusagen willst du mit reinholen? Und direkt unten drunter hat man dann noch diese zwei Grenzen. Und zwar einmal Stop Loss. Das ist im Endeffekt, ja, das negative Trade Ergebnis. Das heißt, wie viel Minus sozusagen akzeptieren wir, bis wir zumachen und sagen, okay, Trade beendet. Oder eben Take Profit. Das heißt, wann sozusagen nehmen wir den Profit mit. Wenn dann den Trade vorbei ist, dann wird der Coin automatisch verkauft und man wandelt den wieder in US-Dollar. Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Das große Problem bei Slavic, warum das so schwierig war, ist einfach, weil er eben diese Grenzen oftmals nicht setzt, sondern man in dieser Gruppe sein muss, selber so ein bisschen mitverfolgen und dann kommt auf einmal so ein Video, das musst du dir dann angucken und musst so ein bisschen eigentlich selber entscheiden, wann du sozusagen den Trade beendest. Für uns als Anfänger ist es halt nicht so easy, aber ich würde sagen, wir fuchsen uns da weiter rein und werden das jetzt in den nächsten paar Wochen mal testen. Knapp drei Wochen später kommen wir jetzt zu den Ergebnissen und eine Sache vorweg, natürlich ist das Ganze hier nicht aussagekräftig. Man müsste das wirklich über mehrere Monate machen, aber es gibt einem auf jeden Fall mal so ein kleines Fenster. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass zum Beispiel ein Leon ja auch bewirbt, hey, teste das 14 Tage, kann man ja mal gucken und dann eine Kaufentscheidung treffen, sind die Signale so gut, dass ich überhaupt kaufen will. Außerdem möchte ich nochmal sagen, dass im Gespräch mit Leuten, die wirklich seit Jahren traden, so eine Promotion wie, hey, das Ganze ist anfängerfreundlich und benutzt doch direkt Fünfer- oder Zehnerhebel, auf jeden Fall grob fahrlässig ist. Kommen wir also zum Vergleich der vier YouTuber. Slavic müssen wir ausklammern. Warum? Weil er fährt ein anderes Modell. Er verkauft keine Signale, sondern er baut eine Community rund um Trading auf. Das heißt, er hat diese Videos auf YouTube, die ähneln beispielsweise auch den von MM-Crypto, ja, immer wieder Bitcoin-Updates, weil er will, dass getradet wird, dass Volumen rauskommt. Ja, ich habe den MM-Crypto selber auch mal angeschrieben, bin mit dem auch connected bei Instagram, er hat gesagt, ey, alles cool, ja, der kopiert das nicht, wir sind befreundet. Aber das ist eben das Modell. Man verdient Geld an Affiliate, an Fees, an Trading-Fees. Und wir hatten echt Probleme, diese Trades wirklich nachzutraden, weil teilweise gingen die über zwei, drei Tage. Das heißt, er macht einen Trade und lässt den halt so lange offen, bis der im Profit ist und dann geht er raus. Das heißt, man muss eigentlich immer in dieser Gruppe sein, das mitverfolgen konnten wir nicht. Deshalb haben wir tatsächlich bei ihm nur drei Trades gesetzt. Die sind auch alle aufgegangen. Wir haben damit 21 Cent verdient, was super wenig klingt jetzt, aber keine Hebel gesetzt. 10 Euro pro Trade und dadurch, dass eben nicht Stop-Loss und so weiter auch nicht immer den besten Zeitpunkt erwischt, um rein- und rauszugehen. Ich habe aber mehrere Nachrichten bekommen von Leuten auf Instagram, die sagen, ey, ich bin wirklich seit Monaten bei Slavic in der Community, er hat wirklich gutes Wissen, er hat gute Analysen, kann ich jetzt selber nichts zu sagen. Deshalb gerne mal in die Kommentare, ja, wer vielleicht auch bei Ihnen in Telegram am Start ist und gerne auch mal Kommentare zu der Geschichte mit Bybit, weil, wie gesagt, wir haben uns dann nicht getraut, uns wirklich anzumelden. Jetzt zu den anderen drei. Wir zeigen euch alle Signale, die jeweils rausgegeben worden sind und wir zeigen euch auch, was wir davon traden konnten. Kurz zur Erklärung, manchmal, zum Beispiel bei Leon, kommt um 3.15 Uhr in der Nacht ein Trade. Wenn du den erst am Morgen siehst, dann kannst du da gar nicht mehr reingehen, weil sozusagen dieser Entry Point gemisst wurde und es wird nicht mehr wirklich lukrativ werden. Bei Andrew Tate haben wir auf jeden Fall mit Abstand die größte Community. Es ist sehr viel Austausch im Discord, man muss der englischen Sprache mächtig sein. Er haut auch tatsächlich von allen am wenigsten Trades raus, nämlich insgesamt neun Stück. Davon haben wir acht gesetzt, sechs sind aufgegangen und wir haben insgesamt einen Profit gemacht von 85 Cent. Bei Leon hingegen gab es wirklich gar keinen Austausch. Es gibt keine Community, es gibt nur Signale, es sind nur 30 Leute in dieser Gruppe und das finde ich halt schade, weil er ist ja ein großer deutscher YouTuber, er ist relativ bekannt, nur ich glaube, wenn man mal bei Instagram so in diese Comment-Section schaut, dann sieht man, er hat sich so ein bisschen verbaut bei denen. Durch, glaube ich, zu viel Flex-Stories und so weiter. Und im Vergleich zu Slavic hat er ja sogar sein Krypto-Ding auf seinen Main-Kanal promotet. Deshalb hat es mich so ein bisschen gewundert, dass die Conversion so schlecht ist. Dafür gab es eine Menge Signale, nämlich insgesamt 20 Stück. Davon sind aber nur sechs aufgegangen, zwei sind noch offen und wir haben insgesamt 3,72 Dollar verloren. Und beim vierten, bei Krypto Deutschland, aka Max, ist es halt so, es gibt eine Telegram-Gruppe mit wirklich viel Information. Ein großer Pluspunkt hier, wenn ein Trade nicht aufging, hat er wirklich so ein Erklärungsvideo gemacht mit Begründungen warum und dadurch lernt man halt wirklich viel. Auch wir als Laie haben uns echt alle angeguckt. Zusammen mit dem YouTube-Kanal ist das schon echt eine runde Sache. Er hat insgesamt zwölf Trades rausgehauen und jetzt kommt's. Zehn davon sind tatsächlich aufgegangen. Das heißt, wir haben insgesamt 1,05 Dollar wirklich in diesen zweieinhalb Wochen verdienen können. Das Einzige, was uns auch hier negativ aufgestoßen ist, ist in seiner Gruppe und auch auf allen Socials diese BitGet-Werbung. Deshalb, ich kann da selber nicht viel zu sagen. Mein Feeling ist, BitGet, Femex, Bybit geht alles so in die gleiche Richtung. Aber vielleicht kann der Max auch selber unter dieses Video mal kommentieren oder Leute, die sich damit besser auskennen. Aber irgendwie fand ich so, hey, wenn man so viel an Signalen verdient, warum dann noch so eine plakative Werbung in dieser Gruppe? Ja, Leute, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Lasst gerne einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich muss sagen, eines der für uns kompliziertesten Experimente. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, was sollen wir als nächstes testen? Ich kann schon mal spoilern. Nächste Woche kommt ein komplett anderes Video. Und zwar werden wir Produkte testen. Nicht die schon mal bei Höhle der Löwen waren, wie es der liebe Dave macht, sondern wir haben einen Höhle der Löwen-Coach, der zusammen mit uns eure Produkte testet. Auch dazu packe ich unten mal einen Link rein. Ich habe mir schon über Instagram einige zuschicken lassen. Und wir werden uns auch mit dem Thema Trading, glaube ich, weiter beschäftigen, weil wir es ehrlicherweise echt spannend fanden. Heute Abend bin ich wieder live auf Twitch ab 20, 21 Uhr. Da reden wir über Metaverse. Danach gibt es Reactions. Könnt ihr gerne auschecken. Und ich verlinke euch auch noch mal ein Video auf dem Zweitkanal, nämlich das Interview mit Martin Frost. Denn ich glaube, in nächster Zeit wird es tatsächlich noch mal ein Update von den Hackern geben.